Heyo und Willkommen zu No Man's Sky in einer weiteren Expedition namens Leviathan. Ich hoffe ihr habt so viel Spaß dran wie ich und dann gehen wir auch schon rein. So. Und jetzt gucken wir erstmal. Ähm. Ähm. Ja. Holen wir uns erstmal hier. Katsching. Erinnerungsresonator. Loop-Manifestationstechnologie. Ein äußerst vertrautes, vollkommen neuartiges Stück Technologie. Entworfen von Spezialist Polo für die Erforschung des Loops. Es synchronisiert seine Schwingungen mit dem fundamentalen Lied des Universums und deckt so Erinnerungshotspots innerhalb des Loops auf. Starte den Resonanzabgleich mit 4x, klar. Ich brauche Ahnenerinnerungen. Natürlich 16. Chromatisches Metall ist nicht so das Problem. Gold habe ich gekriegt, ist auch nicht so das Problem. Ah, eine Erinnerung. Toll. Ich weiß nicht, habe ich davon was aufgehoben? Ein Frachter, oder? Ja, möglich. Mal gucken. Auf jeden Fall. Expeditionsbelohnung erhalten. Ankerpunkt 1. Erinnerungsresonatorpläne und Erinnerungsfragmente. Sehr schön. So, die machen wir natürlich direkt auf. Haben wir ein schönes? Schildgitter erhöht die Grundkapazität des Gefahrenschutzsystems und ermöglicht so Benutzer. Ja. Ist das das 7% Ding? Ah, ne. Das ist das. Wird verkauft. Wird auch verkauft. Ah. Das Schiff bekommt ein bisschen was dazu. Bin ich auch kurz am überlegen. Die in die Technik zu hauen. Und nochmal Inventar für nochmal mein Schiff. Na, hier brauche ich es jetzt gerade nicht so wirklich. Hier hinten ist voll ausgebaut. Dann hauen wir es mal vorne rein. Sehr gut. So, und, ähm. Die werden verkauft. So. Und frag da. Habe ich noch 10. 10 ist jetzt nicht viel. Besonders, wenn ich 16 brauche. Okay. Das nächste Ziel, um auch dann Iteration 1 abzuschließen, ist, diesen Resonator zu bauen. Mhm. Das könnte interessant werden. Ähm. Ähm. Habe ich noch. Ich habe kein chromatisches Metall mehr. Okay. Ich habe aber zum Glück noch Kupfer aufgehoben. Was sehr gut ist. Gold habe ich zufällig genau 50. Das freut mich, dass der Sturm sich auflöst. Ähm. Dieses gute Stück möchte ich hier mal hinstellen. Ah. Und. So. So. Wir haben mal eine Minute, weil hier kommt dann natürlich auch ein PC hin. zur Absicherung, falls ich hier nochmal hin muss. What the fuck? Es ist wunderschön. Es ist wirklich wunderschön. Ich möchte es besitzen. Meinstein abgeschlossen zum Mitnehmen. Eine Million Units verdient. Naja, perfekt. Ist das auch erledigt. Wie cool ist denn das? Hier haben wir einen heftigen Schweif. Ja, und die Schnauze von dem Alienschiff. Also ist schon quasi Alien-Technologie. Aber wir haben gerade was abgeschlossen. Jenes welches. Expeditionsbelohnung erhalten zum Mitnehmen. Baupläne zum Herstellen von Komponenten. Und natürlich wieder Erinnerungsfragmente. Die hier sehr beliebt sind. Ah, das habe ich bekommen. Okay. Sind sie jetzt weg? Sind sie weg. Sind sie weg. Ah, es ist okay. So, gucken wir mal hier rein. Haben natürlich das, was wir wollten. Schön, schön, schön. Okay. Was haben wir gerade erhalten? Hier. Zack, zack, zack. Fürs Exofahrzeug. Ja, das ist, äh, Raumschiff. Das ist, ja, Raumschiff. Wird, ähm, ja. Sind Naniten. Grob übersetzt. So. Stellen wir hier mal schön auf. Ja. Getschenken. Wundervoll. So. 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 Ankerpunkt 1 Sehr gut So Ich bin mir unsicher Ob ich das hier machen sollte Sehr unsicher, ob ich das hier machen sollte Ich brauche 10 Stück Also Taktikgedanke ist Ja, Taktikgedanke ist Es wird mich zwar ein bisschen was kosten An Materialien und so Aber Taktikgedanke ist Schiff nah ans Ei Ei einsammeln Schiff betreten Und dann können die mich mal an der Pupe schmatzen Und die Aktion 10 Mal Ist jetzt nicht ohne Hier ans Hochleistungsinventar 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 Okay Das Kupfer Kommt Raumschiff Hochleistung Und du kommst Hier Hochleistung So Ja, ja, kann ich ja hier sammeln Das ist nicht so das Problem Okay, okay, okay Der ist gerade gegen mein Schiff gesprungen Der Anker Weitere deine Basis Was? Bitte was? Ziel Basis erweitern Teil von Expedition 7, Phase 2 Bitte was? Oh, alles klar Ich verstehe Oh, ist leer Beziehungsweise reicht nicht Ja, 244 Hälfte 244 Hälfte Ähm 22 Also um die 44 Okay Dann würde ich nochmal hier rüberfliegen Spontan landen Jetzt hätte ich gern keinen Sturm Ist natürlich Oh Okay Okay, die sterben auch sehr schnell Das habe ich jetzt so nicht erwartet Ähm, was brauche ich denn? Ich brauche Kohlenstoff So Erstmal machen wir den hier Denn dann Solange man in der Baucam ist Das hat nämlich den großen Vorteil Wie man links unten sieht Der Sturm kann mir kackegal sein Aber sowas von kackegal So 15 Teile platzieren Ähm 9 plus 9 macht schon 18 Okay 4, 8 9, 10 11, 12 13, 14 15 Ja, passt Also eine 4x4 Hütte Reicht Vollkommen So Dann hätte ich gern Wände Die kosten natürlich 25 Ich würde jetzt spontan wetten Ich habe nicht genug Ich brauche Kohlenstoff Na toll Na toll Tür bräuchte ich auch Kohlenstoff und reines Ferrit Das hätte ich Das finde ich sehr positiv Ich brauche vielleicht Kohlenstoff Zum Glück gibt es hier ein bisschen Oh Nice Okay Ich habe ein bisschen Kohlenstoff Mal gucken ob es schon reicht Eine Tür hätte ich gern Logischerweise So Noch ein paar Wände Und Ein Dach Ja komm Wir machen ja Billiges Sauberes Dach Meilenstein abgeschlossen Der Anker Auf einer verseuchten Welt Ein Zuhause errichtet Ich habe eine Hütte Okay Ähm Ähm So Hier Zack Ja Nomaden Geobucht Nautilon Expeditionsbelohnung erhalten Der Anker Minotaurus Geobucht Erinnerungsfragmenten Nomaden und Dingsbums Ach ne Mino Geobucht Kriege ich instant Ins Inventar Ja von mir aus Okay Antrieb Thermalpuffer Aha Icarus Treibstoff Aha Das Wort ist Generator Aha Aha Ist äh Aus meiner Sicht Alles äh Verkaufsware Die Geobucht Ja keine Ahnung Ich glaube nicht mal Dass ich die brauche Okay Noch was auf dem Raumschiff Ja ist alles Alles schick Alles schick Und ordentlich Moment Ich habe fünf Ich kann auf jeden Fall Die hier wieder hinsetzen Und hier habe ich vier Was nicht reicht Ah nicht schlimm Obwohl ich austauschen könnte Dann würde es reichen Na ja Ja okay Machen wir mal flink So Ich nehme natürlich vom drücken jedes Mal den weitesten Weg Okay gut 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 So und das Ding kann hier an der Ecke Das ist ja auch ein bisschen sauberer Äh hier Raumschiff Hochleistungsinventar Weiß ich jetzt halt nicht was ich damit anfangen soll Gut Gut Haben wir das auch erfüllt So Ähm Ja hier muss ich noch das Ding bauen Äh hier Flüsternde Eier Wird ich tatsächlich gern hier machen 50 Uhr Könnte ich sogar das Schiff stehen lassen Nein Ja Gib mir das Ei Gib mir das Ei Ja Fliegen wir ein Stück Und landen wieder Wenn ich zufällig direkt ein flüsterndes Ei sehe, wäre das natürlich perfekt. So wie hier, wenn es eins ist. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, ist es? Ach, warum wächst ich schon wieder? So, das wird so rollen. Ich bin recht zufrieden. Und wir fliegen wieder ein Stück. Au. Das sieht nach einem Ei aus. Habe ich. Reinen Schiff. Ich gehe da einfach mal kein Risiko ein. Äh. Sind das da gerade drei Eier gewesen? Drei Eier auf einmal. Und warum habe ich jetzt vier? Habe ich gerade einmal zweimal gekriegt? Oder was? Was war denn das? Verstehe ich nicht so ganz. Da ist eins. Ah, die da würden mich interessieren. Der Kleiner. Lol. Gleich mehrere. Das ist jetzt, äh, schwierig. Was? Waffenaufladung? Ah. Oh. Technologie aufgeladen. Ist jetzt nicht so viel. Muss ich mal so sagen. Ich, äh, hätte gern noch ein bisschen, ähm, ja, Spam löst sich auf. Mir, mir doch, Humpe. Ach ja, durchs Bauen ist ja vielleicht ein bisschen was, äh, weggegangen. Wow. Das sind eigentlich echt coole Pflanzen, muss ich mal sagen. Die lassen sich richtig geil abernten. Schön schnell auch. Das ist eigentlich schon sehr sexy. So, dichter wäre ich nämlich... Au, sehr gerne los. Dankeschön. So, dann würde ich dir gerne mal einen Schub geben. Au. Es rollt mir entgegen. Jawohl. Ja, ja, ja. Bevorstehender Sturm. Ich hab's gehört. Au, au, au. Hört auf mit dieser Scheiße. Mist. Die spawned. Die spawnen halt relativ schnell, die Eier. Verdammte Kacke. Okay. Aber, äh... Läuft. Ich hab sechs. Okay. Noch vier. Na gut. Jetzt haben wir aber erstmal, äh... Einen mordsmäßigen Sturm am Sack. Yay. Jetzt krieg ich hin. Jetzt krieg ich hin. Jetzt irgendwo noch eins. Da steht noch übel beschissen. Elektrische Störung. Wow. Okay. Bissern das Ei. Fuck. Okay, das war nix. Extreme Kälteschaden erbinden. Ja, ja. Extreme Kälteschaden. Du mich auch. Verdammt. Ich muss mal ein Stück weiter fliegen. So. Ich muss mal ein Stück weiter holen. Nee, das ist der falsche Scanner. Den hätte ich gern. Okay. 180 U. Alter, wie schnell das wegsaugt. Ist mir aber egal. Okay. Nein, 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 nein. Danke. Wo ist mein Schiff? Da. Macht Platz. Ist recht schleppend, aber funktioniert. Ich hätte auch lieber was mehr im Tal, wo die nicht so weit weg kullern können. Immer lästig die einzusammeln, einfach nur. Das wird aber auch Zeit. So. Okay, das hier kann ich wirklich abhauen. Ich kann doch nicht rankommen. Fuck, greif es. Du hattest es doch schon ein paar Mal jetzt. Unglaublich. Irgendwas kam hier gerade an. Mir ist aber kackegal. Es ist weit weg. Es gefällt mir nicht. Da ist es. Habe ich? Mein stand abgeschlossen. Ruf der Leere. Nein, mein Schiff ist leer. Mein Schiff ist leer. Und ich bedanke mich spontan fürs Zuschauen. Weil die Folge auch zu Ende ist. Und ich mich gerade beeilen muss. Also, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und ciao, ciao. Oh, oh. 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 Oh.